Die Fahrradtour werden wir an verschiedenen Stationen halten, mit kleinen Überraschungen. Mehr möchte ich jetzt noch nicht verraten. Für die Organisation ist der Wanderführer Heinz Schäferhoff verantwortlich, der sicherlich auch gleich ein paar Worte in dieser Angelegenheit sagen möchte. Ich wünsche nun der Radtour einen schönen und ruhigen Verlauf, aber vor allen Dingen viel Spaß und ein trockenes Wetter. Ich tate, dass wir keine Sonne haben und sage, brich auf! Mit euch gehe unser Gott, dem keine Wege fremd sind, der sich offenbarte als mitgehender Gott. Er segne euren Aufbruch und jeden eurer Schritte. Er begleite euch in die schöne Soesterwörde und lasse eure Reisewege sicher sein. Er behüte, was ihr zurücklasst und schütze, was ihr neu wagt. Er schenke euch ein aufmerksames Herz für die Wunder an eurem Segesrand und für die Begegnung mit allen, die euch unterwegs begrüßen. Im Namen des Jakobus-Vereines eine in der Tat echte Jakobus-Musseln überreicht. Sehr geehrter Herr Hochmeier und Gottes Segen! Richtig schönen Dank! Richtig schönen, Herr Hochmeier cande Geräusche